Zur tatsächlichen Berichtigung ist der Kollege Bernhard, bitte. Danke, Herr Präsident. Die Abgeordnete Großbauer von der Volkspartei hat in ihrer Rede behauptet, dass die vorgetragenen Problemstellungen Einzelfälle seien. Ich berichtige tatsächlich, dass die Arbeiterkammer von mehreren tausend Anrufen pro Jahr bei diesen Problemstellungen bespricht, dass es Berichte von der Volksanwaltschaft gibt zu den Problemen, dass selbst die Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs nicht umgesetzt worden ist. Das heißt, es handelt sich um tausende von Fällen und da kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Vielen Dank. Kleine tatsächliche Berichtung ist eine politische Bewertung.